ich hätte halt auch nicht Jawohl, gut. Komm! Naubar! Welches? Komm, setz dich. Schaff da. Einer noch. Ich will eine Kron, aber hier liegt keine. Einer. Ausha. Adios! Wenn wir das noch verlieren, dann... Dann wär's nicht gut. Würde ich auch am besten, wenn nicht er wär. Ich zeig dir ja sowieso. Ich glaub so. Lieber beieinander bleiben. Ich hab das lieber für jeden Einstieg. Einfach geträglich. Ah ne, verdammt. Ich hab eh gelacht. Oh, noch eine goldene. Die hab ich aber schon. Versteckst du dich denn? Hm, komm her, komm her, wo immer du bist. Das wird nicht leben für ihn ausgehend. Das wird nicht leben für ihn ausgehend. Das ist ja ein bisschen geworden. Er hätte da noch ne Chance. Vielleicht ist das ja. Ne, der wird selber heute noch gar nicht online. Was ist denn der? Ich find den nicht. Das ist bei Justin. Come on. Ach, da oben. mit da oben. Jol. Episch. Ja. Ja. Häntig, gleich. Das war jetzt aber nur noch. Ich glaubschess dich nicht gut. 12, kids. 12, 10, kill. Ja, ich bin nicht da rummacht. So, ich geh dann jetzt. Alles klar. Bis später. Wurde ich sagen, bis dahin. Jo, John. Nochmal, geht nicht. So, das ist zu wenig. Ja, geh nach da, nach da hinten. Ey, markiert mal ein, ach, hab dich nicht. Bus? Ja. Marc, hörst du mir zu? Nee, nee, nicht nur. Ab und zu nur. Kannst du den Saften sagen, er soll auf dem Discord kommen? Ich hab grad fast einen Liter Bananensaft aufgesoffen. Kannst du den Saften sagen, er soll auf dem Discord kommen? Ja. Digga, ich wollt grad sagen, bau dich mit Metall ein, Erik. Mach! Er hat mich blockiert und meine Freundin hat seine Nummer verlässt. Und wen interessiert das? Mich. Ach so. Und Jackson. Ach so. Also, Jackson hasst mich, weil er lieb hat meine Freundin. Na, sonst interessiert das keinen. Erik. Ja, Erik. Ich wollt grad sagen, bau dich mit Metall ein. Meine. Geht schwer. Na, dachte ich mir dann auch. Na komm, ich hab das auch aus der Zone, locker. Ich will noch deine Karte am besten. Ach, Junge. Ich zieh einfach durch. Ach, Weiler. Lucky. Oh, ich hab ne geile Pump. Schild. Hey Erik, komm, wir holen noch seine Karte. Ja, da liegt jetzt auch alles voll weg. Ich hab die alle gefinished. Nice. Ey, lass mir ein bisschen Loot über. Ja, ich muss nur seine Karte holen. Aber hier liegt fast nichts mehr. Ja, okay. Digga, warum? Ja, ich dachte so. Digga, ich wollt grad schon wieder einbauen, Digga. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Und da auch. Von beiden Seiten. Ich hab keinen Aim, Digga. Digga, und ich will die ganze Zeit down. Junge. Fest. Gut. Gut. Erik, komm her. Komm her. Nimm die Krone. Her. Erik, komm, Erik, komm. Ah, Erik. Komm her, komm her. Ja, Digga. Nein. Keine Chance. Da hast du keine Chance. Ey, was ist das denn? Warum? Komm. Komm her. Komm her. Du hast du eine Chance? Ulf. Das war's für heute. Ja, und es sind 3 Teams noch mit dir, d.h. du kannst gucken, dass sie sich gegenseitig angreifen, bevor du dich einmischt. Ja, machen wir auch. Ja, das letzte. Was ist das denn? Das sind Bäume. Komm, ficken. Jawohl, epic. Kann man auch danach auch nicht bauen? Das war ich nicht. Und so hab ich die jetzt raus aus Fortnite. Ich zock jetzt mal ein bisschen was anderes. Was denn? Ghostbusters Spirits Unleashed. Ich wünsche euch aber noch viel Spaß beim weiteren Zocken. Ja, danke. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.